Oh, jetzt kann sie es. Okay, ist okay. Wieso springt die da jetzt nicht dran, die blöde Kuh? Es ist so eine... Jetzt hab ich da nochmal Pfeilereien schmeißen. Blöde Kuh. Weil die nichts am Klettern versteht. So, ich hoffe, das ist okay so. Irgendwie schafft die das da drauf, die Olle. Wir gehen dann. Es geht muss, wir gehen jetzt nicht mehr. Nein! Oh, Mann, was das? Was, Mann... Oh, Mann... Oh, Mann, was du... Was? Oh, Mann... Wann ist das? Oh. Oh, Mann! Oh, Mann, ist das? Oh, Mann, war's fertig. Oh, Mann! Oh, Mann. Oh, Mann, war's nicht da, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann! Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Okay, ich glaube, wir müssen wieder... wir müssen zurückdrehen. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, war da ein Seil. Oh, so wie kann ich diese blöde Fru... sich festzuhalten. Liegt da? Ist da was? Da ist doch eine Kiste. Ja. Ein bisschen Zeug für uns. Jetzt kümmere ich mich um das Tool. Yay. Yeah. Wieso fackelt es nicht komplett ab? Diese blöden Drecksäcke. Hört auf damit. Ich versuche hier rüber zu kommen. Sollten wir bei Trinity angreifen, anstelle mich. Okay. So, einfach... Ich hab das Wort vergessen. Tut mir leid. Damit es einfach komplett ist. So, deshalb. Mal rüberklettern. Sollte er da dran springen? Nigger, es hat einfach die Klappe. Ich versuch zu zocken. So. Ich werde Aufnahmemarathoner machen. Bitte? Ich werde Aufnahmemarathoner machen. Warum? Ich werde anderen Tag schon am Aufnehmen. Ja und? Mach ich immer. Weil ich muss irgendwas ausdrücken und... Ja, jetzt nicht. Dann bist du fertig. In einer halben Stunde. Okay. Okay. Ich meine, diese Brüder... Ich hasse es einfach, wenn man mich beim Aufnehmen stellt. Ich hasse es einfach. Ich will in Ruhe aufnehmen oder so und man rittet mir einfach von hinten rein. Ich will in Ruhe aufnehmen. Ich will in Ruhe aufnehmen. Ich will in Ruhe aufnehmen. Oh, ja, ich kriege eine M&A! Oh, danke. Ach, Mann. Krass. Genau. Pfeil erstmal runter, weil es so viel Spaß macht. So, das müssen wir jetzt hier machen. So, wo müssen wir hin? Da hin, warum? Okay. Eine Frage, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Nur mal so eine Frage. Ach ja. Ich kann auch nie mit ihm da rüberspringen, da sterbe ich doch. Okay, das Ding hängt fest. Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht zählen. So, das ziehen wir erstmal zu uns. Damit kommen wir, glaube ich, auch darüber. Oder auch nicht. Dann ziehen wir es halt noch weiter zu uns. Shit, das geht auch nicht. Scheiße. Und jetzt? Die mongolen Armeen müssen von Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Sie sollen da hoch, aber wie denn? Da sterb ich doch nur. Ach. 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 Was ist das? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay, dann springen wir hier erstmal hier runter. So, dann ziehen wir den Arm da mal raus. Okay, ich vermute, wir müssen irgendwie das Wasser damit nutzen. Okay. Das heißt, wir haben es so gut. Das ist nicht wasserdicht. Das ist nicht wasserdrin. So, wir müssen das irgendwie ausbalancieren. So, es sollte jetzt funktionieren. Ja. Ja, von mir ist Fall da runter, ist mir egal. Wir haben es uns geschafft. Juhu, wir haben es geschafft. Schneller als ich dachte. So, hoch mit dir. Ja. 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 Ich bin ja. Und schubelst. Okay. Wir haben es geschafft. Ich bin ja. Ich bin ja. Wir haben. Und schubelst. Ich bin ja.